Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Diablo! Wir haben ja in der letzten Folge kaum was erlebt... Oh, neue Waffe! 23... 3 von 7... Ich glaube etwas größer als meine jetzige... Wollen wir mal schnell mal ein Level abkriegen? Naja... Tür ist verschlossen... Aber hier unten ist nichts... Wir gehen durch Schiefe Körsentier... Ein Skelettdogen-Schütte... Meine Schriftfalle... Von... von... Firewall... Eine Feuerwand... Okay... Jetzt werden die Gegner schon etwas mehr... Und ich habe ja auch schon ein Essen... Stärkeren Gegner gehabt, der nichts fallen ließ... Das ist nicht der Scheiß... Schon wieder unser Helm... Ich habe ja noch ein bisschen vorringen... So... Uh... Das war knapp... Wir gehen jetzt hier... Ne... Warte mal... Nein... Wir gehen noch mal hier rüber... Weil das ist der Weg hier kurz... Kann sonst auch einen Scheißenehr... ist fertig... Ich habe keine88-NB 51 scatter zu sehen... Skvagant... So... Die Tiere zu essen... Damit werden sie Yang Matthäusern perdu sensiert... Es ist... Ich kann nicht die amerikaner werden... Ach ne, da sind die ganz verbesseren Skelle, woher, die etwas nervig sind. Na komm. Und wie man sieht, hier drin ist dann der Butcher, aber wenn ich den jetzt raus lag, können wir gleich aufschauen. Ein Level Up. So. Jetzt können wir das neue Schraub ausprobieren. Und schon wieder auf der Helm. Boah, ich kriege die Krise mit dem Ding. So. Na komm, Leute. Zack, zack, zack. Und rum die Bum. Das Loch hätte ich doch an Weinzeiten müssen. Ich wollte den Helm gucken. Oh, gut. Ach komm. Ne, wir können doch hier hoch. Sehr schön. Naja. So. So. Okay. So. So. Das ist auch schon mal hier. Deine Schriftrolle. Füß nicht. Und wieder ein paar Haltränke. Hier oben habe ich alles leer geräumt. Gott sei Dank. Und dann habe ich was schönes gesehen. Jetzt gehen wir erstmal mit Masken und Lählermann zu tun. Die sind dritten in den Sharks, wenn sie die Spiele aushalten. Und hier unten noch mehr. Bücher! Wo gehts alle her? Nichts, aber ein Bücherräger. Mein Buch auf Hoey, Hoey. 20 Magie, fällen wir uns noch 5. Gut, ich bin aber jetzt scheu. Darum musste ich jetzt erstmal wieder zurücklaufen. Den ganzen weiten Weg, dass ich mir Sack verkaufen kann. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's. Nein. Wir müssen... Das muss dort hoch. Oh, hier ist ein Mannertrank. Gar nicht gesehen. So, haben wir noch was für unseren guten alten Cain? Nö. X. Wir müssen uns über die Gefahr ersten Mal zu. Mäppchen! 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 Was schlugt euch, mein Freund? Mäppchen! Beteilung. Ich habe hier einfach mal hin. Weil das kann man eh gerade noch nicht benutzen. Verkauf das. Das ist schwer. Das ist schwer. Das Käpte Deutsch. Ich mache hier nochmal die Rüste. Ja. Zwei. Vier, vier. Ach Gott. Ne. Ich dachte es mal. Ich hoffe hier hat noch ein Spiel. Das ist schön. Aber in der Axt. Das ist auch nicht so gut. Das kann aber auch hier mehr halb machen. Das ist auch nicht so gut. Keine Axtung. Unterfall. Passt. Wie angegossen. Keine Mop. Was gehen wir dazu an? Ab hier. Unsere traumhaften Hexe. Ich schau. Ich schau. Ich schau. Schriftvolle. Und die Schriftvolle. Und die. 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 Manna. Kann man noch verkaufen. In meinen Manna Trinkern. Ich weiß gerade nicht. Ich will euch gerade noch Tasche drauf. Mal gucken. Ich kann noch 3 verkaufen. Die Schriftvolle. Ein Manna Trank. Zwei Manna Trank. Und drei Manna Tränke. Ich schaue ein Seel in der Suche von Antworten. So. Jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Und stellen fest, dass hier oben ein geht. Gehen wir wieder zu 2. Und? Wo haben wir den aufgeschaut? Ich glaube wir sind von da drüben auf dem Rücken war ja nichts mehr. Nee, also gehen wir hier runter. Wir gehen ins nächste Level. Wo? Wir brauchen ein Haus und ein Skelett, oder? Die brauchen wir nicht. Und ein Level ab. Der Fett. Ich hoffe das Feuer kann ja nicht abholen. Und dann, mach dich. Schriftvolle Gold. Nichts mehr, aber ein Level ab. Zack. Noch ein bisschen auf die Identität. Ja, aber runterbesucht. Ah Leute. Etwas weniger ist mehr. So, mehr ist weniger. Hm. Ja, 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 ja. Nicht schon wieder. Oh, oh, komm. Wir müssen uns ein bisschen seilen. Kalt. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Ich hab keine Lust mehr Heilfragen. Ähm. Jetzt aber. So. Oh. Plündern wir mal ein bisschen. Das machen wir hier. Das machen wir hier drin. Das machen wir hier drin. Das machen wir hier drin. Schwarzspalt. Schriftvolle. 25 Magie. Statttal. 2 Statttal. Schön. Können wir uns. Das kaufen. Er sprachen. Erstmal. Und das Feuer tut doch weh. Das kommt ja raus. Erstmal nutze ich aus Versehen. So. Oh. Was ist jetzt? Nichts. Ja, das war doch noch geil. Oder? Anscheinend nicht. Komm leider. weiter. Na. Ich wollte es bald haben. Tür auf. Und den Händler mit uns. Oh. Oh. Verdammt verdrückt. Oh. Scheiße. Ich hab mal was angetrunken. Können wir uns verschwellen? Oh. So. Na komm. Sehr schön. Ein degeneriertes Leben und Mangel. So praktisch. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir hier drinnen? Nix. Haufen weißes Skeletter. Aber nix dabei. Noch ein Altra. So eine hässliche Fledermaus. War's das schon? Ich weiß nicht, dass wir hier schon durch sind. Ich hoffe, dass wir noch auf Level 6 kommen. Ja. Ich bin nur ein Monster. Ich bin nur ein Monster. Und dafür children. Hallo, hallo, hallo! Hupp ist im Wald. Ich habe ein und das da noch ist oder nicht. H Fluke kann das eher zu viel sein? Hat gut kabisch gut sein. Immer schön nach-einander. Schadow accidentally spüren. Ja... Erlacht euch die Tote! Noch einer? Was haben wir denn gelegt? Er hat doch was reingelassen! Da bin ich mir hundertprozentig sicher! Hier war's! Mal gucken... Stab, Brosei, Bräule! Zack! Uh! Wohoho! Einfach 10! Wir können was Neues haben... Gießen! Ja, super! Also was... Mana! Pop of the Ommel! Die können wir auch noch holen... Versteht mir hier noch was schönes? Ja... Na? Na? Jetzt! Hier unten haben wir einen Punkt... Meine Schriftrolle der Heilung... Pass ich da mal raus? Ein bisschen rein... Unten muss er sein! Und ein Pop of Horrible! Zack! Dann haben wir uns gleich! Nicht schon! Gehen wir jetzt hier mal rein... Ja... Hier haben wir noch eine Natur... Nichts! 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 Hier ist auch nichts... Wenn wir überhaupt nichts! So... Wir haben gerade mal wieder... Nichts... Erlangt! Was mache ich denn? Ich muss erst mal hier Leute da unten legen... Na komm! Ohhhh! Hallo! Hier kommt alle dran! Takt! 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 Das geht mal hin! Das geht mal hin! Das geht mal hin! Das geht mal hin! Oh! 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 Entschuld... Traumhaft! Naja... Zack! Guten Tag! Wir reparieren das Ding gleich mal. Jetzt reparieren wir auch's. Okay... 16 Scherker, wo muss ich los, dass wir die Waffe brauchen? Ich dachte, ihr hüllt den 16. Naja... Was haben wir hier? So, Leute! Wir sind ja gerade drinnen fertig. Ich würde dir mal sagen... Warte mal... Wir gehen dann schnell zurück. In dem Fall drüber noch. Hier unten waren wir auch schon wieder. Ich weiß jetzt, was wir machen. Bevor wir jetzt, keine Ahnung, jetzt reinrennen... ...gehen wir zurück. Nehmen wir fast mit. Wo war auch? So... Edgar, nicht in Fisch! Nein! Gehen wir erstmal... ...heilen. Jetzt kriegen wir noch ein paar Ausrüstung und ein neues Schild. Heilung. Ein... ...Holy Bolt kann man jetzt auch benutzen. Seh... Nein, ich war ja hier drauf. Damage... ...5 von 14... ...15 von 24... Uuuuua... Was benutzen wir? Mana 7... Ich würde sagen, wir haben ja... ...2 30. Wow! Was kann ich für dich machen? Warte mal... Mal gucken... Ich bin mal da irgendwie um... ...die anderen. Ja, Waffen! 22! Wow! Was kann ich für dich machen? Erstmal... ...kaufen... ...ok... ...spannend... ...Mornings... ...woah... ...woah... ...nein... ...nein... ...verhalten... ...mein... ...Gremium... ...deck... ...goodnight... ...nein... ...weck Amor... ...nach nichts... ...nein... ...verkauf... ...so... ...vorbereitung starten... ...reparieren... ... ...assistente Magie... ...le... ...feuer... ...ah... ...warte mal... ...schuldig... ...das ist... ...feuer... ...muss das Magie... ...ne... ...das ist... ...Licht... ...das ist... ...das ist... ...Licht... ...fühle Ware... ...überhalten... ...wir brüllen's aus... ...wir haben ja paar... ...versuche... ...wenn's trifft die Magie... ...speichern... ...butcher... ...ah... ...fresh meat! Gut, 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 gut... ...komm raus! Ha! ...ah... 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 ...ja... ...hau weiter zu... ...schlägt doch eh schon am Boden... ...hahaha... ...versuch gleich Null... ...loading... ...die haben nicht geholfen... ...dann werden wir jetzt den Skill... ...aargh... ...fresh meat! ...jaggen... ...sacke... ...sacke... ...jaggen! ...ohhh... ...loid... ...ohhh... 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 Es ist aber kein Heilrang mehr. Ah, da steht noch, da steht noch, da steht noch. Aaaaaah, komm! Richtig! Nein! Nochmal! Ja, er funktioniert nie. Guck! Aber... Ja, komm mal einfach drauf. Oh, Leute. Na komm. Ja, ja, ja. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Da musst du umfallen. Ja, jetzt. Oder auch nicht. Der Typ geht mir ruhig auf den Zack. Ah, fresh meat. Ich weiß hier nicht, Opa. Du musst einfach drücken. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr Haltbränker. Ha! Der Charge Bolt hilft so viel wie nichts. Eins von sieben. Ich werde den Vorwoll jetzt benutzen. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich muss. Ich weiß nicht mehr. Oh Gott. Komm, der geht. Der geht. Ja, doch, doch. Ich hab' mir oft zu. Das geht doch gar nicht. Ich komm' mir näher zum Taubung. Ah, Schande. Das Asche über mein Haupt. Brauchten bessere Heiltränke? Muss jetzt sein. Oder einfach mehr Heiltränke? Ach so, kaufen wir zwei volle da. Nehmen wir hier die Feuerball rein. Die Heiltere. Die Schuhe. Wenn das jetzt nicht hilft, es ist ein Besen. Die Schuhe. Haben wir noch eine Schriftrolle? Ne. Geh' nochmal zu schnell zu Adria. Die Schuhe. A soul in search of answers.